Es liest sich... Nein, es liest sich nicht. Kleiner Augenblick. So, ich sortiere mich noch mal neu und jetzt geht's wieder los. So, dass ich jetzt im Halbdunkeln stehe, war eigentlich nicht beabsichtigt. Aber wir kriegen das bestimmt gleich wieder hin. Die Unterhosen, die werden wieder kürzer. Ich hab gar keine Ahnung. Also keine Langen hatte ich jetzt. Am Wochenende dominierten aber noch die radfahrenden Männer. Sascha. Entschuldigung. Sandra, aber kannst mich auch Uschi nennen.